So, Herzlich Willkommen zu Breedah! Und das ist irgendwie eidemotisch, das hier, ach egal, oder Sprache und so. Herzlich Willkommen zu, ja, Herzlich Willkommen zu Arbeit oder Fangame, was auch immer wir nehmen. Ja, wieder mit Musik, alles drum und dran. Ja, gut. So, Musik ist immer noch von dem, 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 dem. Immer noch von dem. Gut. Ähm, das erste Lied ist Maal Do Ling am 1.01.2015 um 17 Uhr erstellt. Und so, ich glaub, paar Gedichte noch hier drin, ne? Auch kommt in Gedichte, ähm, was eigentlich anspränglich Lust und Lone aufnehmen, was auch immer. Ja, ich hab Zeitplan Einheiten, aber, ne. In dem Moment kann ich nicht Einheiten. Ich versuch's aber schlecht zu schaffen. Obwohl alle zwei Tage machbar ist, oder? Bronze, äh, ich hab Bronze, äh, Alter, geschafft. Nein. Mittelalter. Mittelalter, Brunze hab ich... Wow, Mittelalter auf Computer schon gehabt. Und, wann brauchst du da? Nein, Bronze ist... Bronze... Nicht Bronze, Alter. Mittelalter. Meint ich. So, und, ja, ich komm mit Gufoon weiter weg. Ich gehen muss. Jaaaaaaaa... Ich bin, äh, 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 einfach ein Tag der Grenze geworden. W-What the fuck? Das eine Lied von... Hä? Hä? Ich will nicht an das eine Lied... Ich glaube... Hugs voll. Das eine Lied schon 7 Minuten lang von dem... Mein Gruß! Mach ich alles vor nichts was da drunter. Mein Gruß... Meine Grüße gehen mit dem... Mit dem? Mann! Warum ich den immer sagen? Steht nicht. Meine Grüße gehen mit diesem Lied. Auf diese Insel. Danke für die Grüße. Das eine Insel Lied? Ja, zu Anfang... Ja. Von mir aus... Auch eine... Keine Ahnung... Lied. Ich bin hierbei nochmal am... Basteln. Nur mal so... Als Hobby bin ich zum... Spressen... Ha... Fasten Kaffee. Yeah. Mich auch nicht belisten will das auf Twitter und diese... Nur Kommentare... Tweets schreiben. Die Musik... Ja... 5 Minuten... Is in Ordnung. Jetzt ist das, gestern war das Lied um, wow, wow mit Fragezeichen, wow mit Fragezeichen, 14.02.2015, um 23.06.2016 hat das Lied hochgenommen und fertig gehabt. Ich glaub die Serie hier, ich schon Serie nennen, weil ich nur dieses Spiel spiele. Terraria? Hm, Terraria auch bei euch gut angekommen, wie ich das machen darf, weil ihr keine Lust gehabt mehr passiert. Ja, Lust gehabt und WBSL hab ich jetzt Lust. Lust und Naune. Bin ich doof jetzt? Man kann hier nicht durchfliegen. Achja, ich bin hier ein bisschen doof anzustellen. Die Lieder sind immer, immer, immer in der Videobeschreibung. Wenn jemand befreit, die Mixer darf ich nicht machen, weil er irgendwo unterladen und der Künstler, hab ich nicht gefragt, ich nur seine Lieder. Ja, ich mach nur seine Lieder. Diesen Mix darf ich nicht, weil ich keine Erlaubnis hab. Ich nur seine, seine, seine Lieder. Die, die kein Mix, kein Matze anhalten im Titel. Dann ja, man geht dichter, dann auch. Ja, pfff. Jetzt kommt ein Gedicht von Matthias Schenk. Abends spät, 12.02.2015, um 22.15 Minuten. Aber das gibt ich nur 45 Sekunden. Abends spät kommen mir die besten Ideen, aber ich muss leider schnell schlafen gehen, denn früh um 5 muss ich wieder aufstehen. Einen neuen Tag durchstehen und auch genießen. Auf das neue Gedanken mögen fließen, die mir auch plötzlich durch meinen Kopf schießen. Die Texte klingen und ich bin versucht zu singen. Kann ich das auch so bringen? Es ist ein ständiger Konflikt mit mir und meiner Leidenschaft, die ständig neue Texte erschafft. Vergangenes Denken oft schnell wieder dahin rafft. Der Dichter es dann nicht schafft, recht schnell aufzuschreiben. Ja, dann muss alles so bleiben. Nun bin ich aber K.O. und will endlich schlafen gehen. Meine Augen können schon nicht mehr richtig scharf sehen. Ich bitte Sie höflich, das zu verstehen. So? Ja, jetzt kommt noch mal Dings. Ich muss hier mal auf 30 gehen. Übung. Übung. 12.2. Ich muss langsam sprechen. Übung. Das kann nicht so schwer sein. Übung. Übung. Ich muss schämen mich. Übung. 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 Grünen. Übung. Jo. Jo. Genau das nicht ich gesungen. Damals. Das Video gibt's nicht mehr! Juhu! Weil ich runtergenommen wollte. Nee. Nee. Nicht zu antun gern. Hi Matthias. Mach weiter? Solche Musik! Scheiße, das ist nicht rein. Matthias, mach du. Solche Musik weiterhin? Danke. Solche Techno, Hip-Hop, Rap... mit Rap-Scheiße. Techno und Hip-Hop. Okay. Solche Lieder. Solche hier Übungen. Zum Beispiel. Oder... Feierabbeats. Oder... und so fort. Zweiter. Feierabbeats. Wo bist du? Ego ganz weit unter mit Feierabbeats. Ego kann auch nicht mehr durchsehen wo Feierabbeats hier ist. Soll ich die Folge ein bisschen länger machen? Ja. Ja. Jo. 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 Apropos mein Lied von Matthias. Mach Jojo den Text. Da bin ich dabei. Oder am überlegen ob ich den Text machen. Da bin ich noch unflüssig ob ich den Text machen. Schönt ihr auf. Kommentarschreiben dazu passt. Soll ich mich einbauen. Halbwegs. Jetzt kommt Feierabbeats. Da mach ich auch ein bisschen lauter. Entschuldigung. Zum Spiel passt immer so. Ja. Hallo? Muss ich lauter sprechen? Ja. Heute ist der 15. Ich will 15 schaffen. Und wenn nicht. So schwer sein. 15. Und 15 Minuten. 15 schaffe ich und 15 Minuten. Minute ist einfacher aber 15. Streng an. Jojo. Jojo. Hallo. Ja ich. Streng mich an. Nicht. Jojo. Nicht fliegen. Man. Ich hau die Tastatur noch weg. Scheiße. Ich denke die wir schreiben gern für euch. Und auch nur und was auch immer. Das ist aber nur ein Spiel. hier. Oder. Das ist jetzt gleich zu Ende. Opschala. Ich gleich zu Ende. 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 So. So. Und das letzte. Mach Jojo den Text. Äh. Soll ich das abschüllen? Ja. Ich immer noch nicht schlüssig was da weiße Instrument spielt. Hallo Maus. Hallo du Maus. Nein. Genau du. War kurzzeitig krank aber jetzt irgendwie besser gehen. Ich immer noch nicht in den Text eingefallen was hier noch sagen darf. Zwanzin. Juhu nein. Genau zwanzin. Warte. Warte. Ich muss hier ein Schnappfotos machen. So. Das ist scheiße. Das ist auch scheiße. Ich muss ein Sunday für euch machen. Und ja und bekannt. Mir egal. Mir ist egal. Mir ist egal. Und ich muss noch meine Fresge ein Ding da machen. Mir ist egal. 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 Doch. Nein, 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 nein Nein, 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 nein Hiermit verabschiede mich, mein Freund, und schau bis dahin. Kommentieren und bewerten immer. Wie? Kommentieren, bewerten und wie immer schreib in die Kommentare. Schreib nicht kommentierend, 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 kommentierend. Kommentierend, 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 kommentierend Vielen Dank.